hallo und herzlich willkommen zurück zu neuen shop video hier auf meinem kanal wenn euch diese videos gefallen dann lasst doch gerne ein abo und like da wäre auf jeden fall extrem nice und ich würde sagen wir sitzen direkt drüber in item shop und gucken was dort heute alles drin ist wir haben heute neun emote und ich glaube es gibt schon den überschwanger mode ich habe den leider nicht aber mal gucken ob es dann auch wirklich der gleiche im mood ist wie der bereits erhältliche überschwanger der ja auch blau im mood war ob der hat aber ein anderes bild hier er müssen wir mal gucken aber wir gehen hier erst mal auf der linken seite mit der roten ritterin mit der roten ritterin von fortnite set ist schon alter skin und ich finde ihn eigentlich echt ganz nice diese roten aspekte sehen sehr so cool aus auch in dem roten ritterin schild ist es immer sehr sehr cool ja gefällt mir auf jeden fall dazu passen gibt es die kamsin hacke die ich auch richtig cool finde ich ja mit dem schönen roten mag immer droht extrem gerne deshalb feiert ich feiere ich das auch relativ stark haben wir den mod mando und modten kommandos set ist ein sehr spezieller skin den gibt es so sonst eher nicht backpack sieht eigentlich ganz cool aus die flügel es gehen jetzt an sich gefällt mir jetzt nicht unbedingt ganz so haben wir lampe hatten coolen effekt hier mit diesem strom blitzen die da rauskommen ansonsten auch generell vom stil her eine sehr sehr schöne spitzhacke und es ist natürlich auch nur eine grüne spitzhacke von daher lohnt sich wirklich zu kaufen haben wir den flatterkäfer ich hatte einen coolen effekt so zum aufklappen mit diesem kleinen flattern sieht er auch eigentlich ganz cool aus kann sich definitiv kaufen das waren auch schon die rotmando skins aber die gaunerin finde ich auch richtig coolen skin ist ja immer wieder so ein weiblicher skin klassisch ramirez ein bisschen geschminkt im gesicht eben halt und das backpack finde ich auch noch richtig cool dementsprechend finde ich generell das hätte sehr sehr nice aber leuchtschiebe und der war meines erachtens glaube ich auch schon gestern drin da frage ich mich jetzt warum der heute noch mal darin ist normalerweise sind ja tänze vor allem nicht wenn sie schon lange im spiel überhaupt drin sind dass sie nicht zwei tage hintereinander sind und frage ich jetzt warum die dann zwei tage hintereinander sind jeden fall haben wir hier die sturm trooper trooperin wenn man eben halt so normal einfach ramirez spielen will als no skin kann man den gut spielen also sagen der standard no skin ramirez skin ist namen den koaxial heli hat auf jeden fall und sound ist jetzt nicht unbedingt das so marina zu schwitzen sieht aber sehr sehr böse aus und auch sehr sehr mächtig gefällt mir auf jeden fall und dann kommen wir zum neuen mode zum highlight des heutigen shops geht das definitiv andere remote so ein bisschen arabisch indisch angehaucht vom sound her sieht aber eigentlich ganz cool aus und die musik finde ich auch eigentlich ganz nice schließt sich der feier an er sieht auf jeden fall cool aus kann sich gut kaufen aber die glückliche spitzhacke finde ich eigentlich ganz nice ist jemand die standard spitzhacke mit ein paar smileys drauf wer immer die und es ist die fix spitzhacke weil er ja auch als kanal symbol und so immer diesen smiley hat deshalb passt er sehr gut zu ihm ich habe ihn ja auch immer das support creator programm jedenfalls sonst eigentlich auch eine ganz nice spitzhacke wobei ich dir jetzt nicht als erste spitzhacke kaufen würde da gibt es noch ein paar bessere gucken rüber und rettet die welt shop ja genau endet bald ja auch liebe sturm event und ja generell hier event shop und da solltet ihr auf jeden fall definitiv das event zu ende machen ja auf jeden fall ziemlich gut und wir haben heute sind nachkampf lama drin lohnt sich wirklich nicht blau waffen braucht keiner wenn es meistens die wirklich guten ja die guten gegen der nahkampf waffen findet man auch seltener drin dann lohnt sich upgrade lama eigentlich mehr hier haben wir immer noch das gleiche ändert sich ja auch erst in season 9 und wenn wenn ihr auch kein teaser verpassen wollte oder wenn ihr unbedingt wollt dass ich direkt ein live stream an haue ich habe gestern eben zeitlich nicht ganz geschafft werde ich auch nicht ausmachen musste und so wenn ihr das unbedingt wollt dann lasst doch gerne ein like und schreibt auch gerne in die kommentare wäre auf jeden fall nice und ich hoffe ihr schaltet dann im nächsten video wieder ein und bis dahin ciao